. 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 in das größte Territorium des Schisens der Schweiz. Und wenn wir eine solche Mission wollen, wenn wir eine Flau-Kanke kostet, dann wollen wir eine Strategie. Das ist unser Sport in sich. Und wenn wir uns nicht mehr machen, dann können wir uns warten, welche Kosten für Lifts, Runeils, Stabelleres etc. Tschüss! Ciao, Julian. Ciao, ein Pfeil. Viel Einsatz. Lernst du gratisieren? Ja. Ich bin alle zusammen. Ich bin alle in den Schildenpendikularen. Ich bin alle in den Kader-Fakulenpendikularen. Ich bin alle in den Schildenpendikularen. Ich bin alle in den Kader und ich habe das We standing und wir bauen auch immer in den Kader-Fakulenpendikularen. Ja, ich habe zugeben, dass sie keine Stützer sind. Und die Zeit leichter und regiert und ich will es nicht. Und ich muss alle in den Schildenpendikularen mit dem Schildenpendikularen verursacht. Sie müssen alles in den Schildenpendikularenpendikularen pflegen. Ich habe hier den Skiens und den Menschen wie Runeils hier. Sie haben alle keine Schlagel- und selbstständige mit der Sa часов übernommen. Aber ich bin alle in den Schildenpendikularen und die Lifts oder Runeils aufhören. Hier haben wir in drei Jahrzehnten die Investitionen, die wir in eine neue Pendiculare haben, in der zweiten Jahrzehnte das Personal, und in der zweiten Jahrzehnte das die Pendiculare haben, die wir in der großen Partie haben, die wir in der Stadt haben, und die wir in der nächsten Jahrzehnte haben. Das ist die Frage. Die Frage ist, ob wir drei Lifts haben, was kostet das Gericht als Mincedie? Also, ein Indie ist ein total Pendiculare. Wenn man kostet das Gericht in 14.000 Fr. Eine krasse Summe, ja? Ja, das ist eine Summe. Das ist ja so. Wah, ein Flav ist so glücklich, wenn man Flav nicht mehr selbst erhebt. Wow! Wau, warum muss ich das für mich machen? Also, ich habe mich entschieden, die Pendiculare in den Jahrzehnte скажen. Also in der Schuhe, wir brauchen ein Lufreze für das Land. Die Lufreze ist in der Schweiz, das ist eine andere Teil von dem, was ich arbeite. Ich hoffe, dass ich in eine Masse-Differenz-Jobs mache. Zum Beispiel, ich bin in Pirou, die sich in der Homepage verklammieren. Ich habe auch die Leute, die sich in der Homepage anwenden, aber auch die Leute, die direkt arbeiten, auf der Straße, und das kostet für dich 50.000 Franken. Aber das ist alles gut. Ich möchte auch die Leute, die sich in unserer Sicherheit und in der Sicherheit und das Team der S.O.S. Die Signale ist, dass wir mit dem neuen Neuf-Nufe die Kandidaten sind. Dann haben wir 20.000 Franken für dich. Wir arbeiten für die Pendiculare, alle 400 Personen in der Nähe. Hallo! Das ist ein Schiff. Der Schiff des Rosalie sind ca. 600 von den Kanuns der Neif, in denen sie in eine Masse Lavour und in eine Masse der Näs. Hallo! Wir sind in der Pumpstation Stettli hinter mir. Hier oben ist der Stausee. Hier beziehen wir Wasser, das dann durch eine unterirdische Leitung in die Pumpstation hineinflusst. Wollen Sie noch gegen dich? Können wir mal hineinschauen? Ja, sicher. Hier in der Pumpstation kommt das Wasser unterirdisch in den Schächten hinein, geht hier durch die grosse Teigleitung hinein und geht nachher auf die grossen blauen Pumpen. Und wird unterirdisch das Wasser im ganzen Gebiet verteilt. Diese Dimension ist immens. Um sich das vorzustellen, das sind so wie etwa 6 Millionen Badewanen, die wir brauchen. Und das ist notwendig, dass wir auf all den Pisten, wo so kleine Pünktchen eingezeichnet sind, wo Z-Stellen sind, um Schnee zu produzieren, dass wir bis Ostern eine schöne Schneedecke haben. Was kostet die Kosten, die Produzieren der Neuven mit der gesamten Gischleur für den Schiessen in den Schiessen einen großen Leipen? Diese Kosten, um einen Tag Schnee zu produzieren, belaufen sich auf rund 30'000 Franken pro Tag. Wauw! Schon in mega großen Territory der Schiessen. Schi, in Fosos, in Bosse Rau, und Schi, bei Ronalds, pervedere, die fernwende, in den zwei Wochen, in einem Tag, 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 ieves in denímigen Tag, in einem Tag, auf dem Tag der dezechen Umgebاء der Palette sind und zwar vermie Infinity Pierre. Angelegen, ein houmere Tier die ersten Tag die hayne v10 » teaching« Ich wollte nur zwei bis drei Rundern, aber es war für uns nicht das Recht. 150 Franken für eine Familie, aber nicht nur für 180 Franken. Ich wollte nur in Sibia gehen in die großen Geschichten und die Präume für Sibia. In den verschiedenen Studien gibt es drei Motiven. Sie gehen auf eine gute Piste, wenn sie sich sagen, dass hier ein Neuf noch gewohnt ist in einer großen Schelter der Ronalds. Aber er konnte mit den Gewissen als Territorio des Skis investieren in Maschinen für die Piste, einen Lüft und einen Entritt für die Neuf. Das ist das, was kostet. Hallo, Stefan. Was warst du hier? Ja, ich bin der Vater. Hallo. Jetzt gehst du gleich rein. Ja, das ist meine Rosalie. Ja, genau. Wir haben jeder Maschine einen Namen gegeben. Was kostet du eine schöne Maschine für die Piste? Eine Maschine kostet ca. 500'000 Fr. Hier mit den Winden vielleicht ein bisschen mehr. Das ist das Programm für die EQUISTOS AIR, also für die Piste. Wir haben am Nachmittag um 2 Uhr angefangen, haben die Maschine geschmiert, geputzt und gewascht. Das machen wir einmal in der Woche. Und nachher, ich denke, jetzt etwa 2-3 Stunden, dann gehen wir nach Hause zu schlafen. Wir beginnen am 1 Uhr in der Nacht. Dann beginnen wir wieder an. Und dann nehmen wir am 9 Uhr an. Dann haben wir vier Abends am Morgen. Gehen wir an die Gitarre, die Pisten zu laden gehen. Dann gehen wir an die Gewinnerung hier in der Italien. Oder was Ordnung ist. Ja, wir kommen hier an dasselbe. Ja, die Präparation an der Rosaline zu Hause kostet mit den Pistenfahrzeugen. Die brauchen die Dieselbetriebsstoffe. Die werden unterhalten in den jeweiligen Werkstätten. Hier reden wir von 43'000 Fr. pro Ski-Tag bis zur Präparation. Ciao, Marco! Ich habe eine Suche, aber es ist ein Steinschelmarkt. Du hast eine Masse Wendentfahrt schon an Neubelsgewels. Aber du hast sehr frissi Mäuser. Ja, ja. Also, meine paar Zifffern, die hier sind, die schienten Mäli-Franz kostet, wenn du das Liefst. Wow! Und ich wünsche schon Mäli-Franz für die Sicherheit und das Salva-Ment. 30'000 Fr. pro Ski-Tag zu produzieren mit Knife-Techniken. Okay. Und 30'000 Fr. pro Ski-Tag. Wow! Und ich habe auch noch ein paar Gründe, und es war 52'000 Fr. pro Ski-Tag. In der Kasse, im Büro, im Büro oder in der Schöwe-Navone. Und hier? Und hier? 290'000 Fr. pro Ski-Tag. Und hier? Bis zum nächsten Mal. Basta. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! .